Können wir hier eigentlich durch? Weil normalerweise sind das doch absperren, wo wir eigentlich nicht durch dürften. Also wenn du gleich stirbst, weißt du, dass du da eher nicht durchgehen solltest. Different kinds of Pokémon appear past there. If you want to catch them all, you have to look everywhere. Turn to catch them all, turn to catch them all, yeah! Okay, wir kommen hier durch. Welche Route haben wir hier? Route 46, Mountain RD. Helf mir mal auf die Sprünge. Hier müssen wir auf jeden Fall nicht durchgehen. Hier läuft es aber auf jeden Fall. Ach, da hinten, da hinten ist der Tunnel. Ging's da oben nicht hoch zu dem See, wo du das rote Garados fangen musst? Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass wir hier auf jeden Fall nicht durch können, weil wir brauchen für die Höhle Blitz. Was wir noch nicht haben. Wo wir erst, ich glaub der erste Rennleiter ist doch Falk, dieser Vogelpenner. Dieser Vogelpenner. Ja ernsthaft, Trainer mit Vögel-Pokémon. Ich bin jetzt mal ehrlich, Vogel-Pokémon gibt ein paar coole, Ho-Oh zum Beispiel ist ein geiles, oder Lavados. Und manche haben halt einen Vogel. Aber, ganz ehrlich, Vogel-Pokémon-Trainer. Willst du die Bäre mitnehmen? Zack, der ganze Baum weg. Wir sind ein gieriger Motherfucker, muss ich sagen. Ja, guck mal, zwei Bären, willst du da haben? Zack, den ganzen Baum weg. Mama, hier wollte ich Regenwälder abholzen, Alter. Mama, hier hast du ein paar Lebewesen. Ohne Scheiß. Alter, Steuerung. Die Steuerung lässt... Ihr solltet das doch lieber mit Maus spielen, Leute. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir können es ja eventuell so sogar machen, dass wir halt, je nachdem im Wechsel... Ah, mal schauen. Das hätte man im Voraus eigentlich besprechen können. I'm waiting for Pokémon that appear only in the evening. Ne, gucken wir einfach mal. Ist ne Idee, mal schauen. Lasst euch einfach überraschen. So, Leute, erste Start. Wir sind angekommen. Ich frag mich ja, ob er dieses Tag-Nacht-System drin hat und ob das dann darauf geht, wann wir aufnehmen. Weißt du, das ist das... Ja, stimmt. Ganz, ganz vergesst, sorry, dass ich dich unterbreche. Es gibt nicht nur einen Tag-Nacht-Rhythmus, es gibt einen Wetter-Rhythmus sogar. Erinnerst du dich noch? Schnee gab's doch, ne? Oh, wunderschön. Hab ich total abgefeiert. Richtig geil aus. Ne, aber ganz ehrlich, ich glaube, dass sich das Ganze danach richtet, um wieviel Uhr wir aufnehmen. Das heißt, wenn wir mal nachts Pokémon fangen, machen wir heute eine Nachtsession. Das heißt, ihr seht immer, was für kackte Nerds sind, wenn wir dauernd nachts aufnehmen. Ähm, ja. Das auf jeden Fall. Wie gesagt, äh, zwischen den Städten, wenn wir leveln oder Pokémon-Viecher fangen, äh, schreibt uns mal auf jeden Fall in die Kommentare Themen, worüber wir mal schnacken wollen, sollen, können, vielleicht auch, könnten, wollen, sollen, könnten. Äh, kann man eigentlich so machen, ne? So, dass man so ein kleines Community-Ding dann da draußen auch noch ein bisschen macht. Fände ich cool. So, dann sprechen wir mal als nächstes Opa an. Du bist ein Rookie-Trainer, nicht wahr? Ich kann es nicht sagen. Das ist okay. Okay, everyone is a Rookie at some point. If you'd like, I can teach you a few things. Okay, then follow me. I have candy for you. Ernsthaft, jetzt sagt uns, was ein Pokémon-Center ist, was ein Pokémon-Markt ist, und es erzählt einfach keine Saubergeschichte. Ja, mit mir geht's grad durch. Ich weiß, weißt du, mit Pokémon ist das wie mit Frauen. Was? Mit Pokémon ist das wie mit Frauen. Du brauchst Bälle, um sie zu fangen. Denn, boah, war der gerade schlecht. Da hinten steht ein Typ auf der Insel. Castaway, Alter. Lebensweise halt mit Pokémon. Hier ist mein Haus. Ich wünsche dir für deine Firma, ich wünsche dir Glück, auf der fucking Reise. Schön, ne? Muss auch mal sein, Leute. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab jetzt gerade schon so ein tolles Gefühl, dass das einfach echt scheiße wird. Was? Du musst es so drauf, du dich einlässt. Ich habe ein kleines Gift für dich. Because you're listening to my instructions. Ach, stimmt. Running Schoes? Alter, du willst jetzt nicht hier mal bei 8 Frames hier auch noch durchrennen, oder? Running? Okay, das Item... Ist das Item neu? Das gab's aber nicht in Gold und Silber. 100 pro nicht. Doch, gibt es. Ach, komm, Digga. Ist okay. Nein! Hot Shoe Trainer? Halt's mal! Halt's mal! Dankeschön. Mal gucken, was bei dir so im Fernsehen läuft. Gar nichts. Ist okay. Guck mal, auch er hat hier... Guck mal, auch er hier... Alter! Boah, die Steuerung. Spiel das mit Tastatur, du bist wahnsinnig. Boah, geh aus dem Weg, Vollriegel! So, guck mal, da unten. Die haben überall immer so ein Loch in der Wand. Vielleicht können wir dann... Vielleicht kann einer von euch da eine Verschwörungstheorie aufbauen. Das hatte auch hier unsere... Unser pinkes, äh, Emo-Mädel. Ernsthaft, ich glaube, das soll ein Fenster sein. Das ist aber ein komisches Fenster. Und von außen ist auch kein Fenster da. Vielleicht ist das... Wenn du mit Pokémon gehst, ist es Spaß. Hihi. Oh Leute, erstmal hier die Häuser wieder untersuchen. So viel Zeit muss sein. Besserer Loot! Wer ist es denn? Pokémon-Gain-Experiments in Battle-And-Change, der Form. Pokémon-Change? Ich werde nicht schockiert, wenn man das macht. Wenn ich mit dem LP durch bin, Alter, dann habe ich aber Kehlkopfprobleme, du. Dann bist du auch durch. Dann bin ich auch durch. Hier gibt es auch nichts wirkliches. Aber kann das sein, dass das Haus genauso aufgebaut ist wie das von dem Opa. Hätte der Opa ein pinke Gardin? Also, wenn er das hat, dann ist er ein ziemlicher Hentai. Ein ziemlicher Hentai? Wie kann man denn Hentai sein? Hentai heißt auf... Ich weiß, was ein Hentai ist, aber du musst mir mal erklären, wie man ein Hentai sein kann. Nein, es heißt pervers. Ach so. Theoretisch wäre es dann die Nominalisierung davon. Ach so. Es klingt wie Paddy. Oh, bitte nicht. Bist du Pokémon, schaust du den Skilfader? Ob du... Alter, standst du gerade die ganze Zeit an der Wand, du Lappen? Ohne Scheiß! Wie gut das... Jetzt weißt du auch, warum die Häuser keine Fenster haben, Alter. Der würde da unten reingucken. Ja, Mann. Und hier war, glaube ich... Hier war, glaube ich, Opa, ne? Ja. Nee, gar nicht! Fertig! Fertig. Ach, der Boot geht. Nice. Oh, you are trying to see how good you are as a Pokémon-Trainer? You better visit the Pokémon Gums... Gums? Gims all over you to encolade. Also Gims für Arena. Gims. Gims, Gims. Oh, wer ist er denn? Oh, der ist ein Kind! Ah, nein, 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 nein! Wenn ich älter bin, werde ich ein Gim-Leader sein. Ich mache meine Pokémon-Battle mit meinen Freunden, um sie schwerer zu machen. Wie abrastet, alter! Wissen Sie wieder an wen er mich gerade erinnert? An Tweek von South Park, alter. Vollen auf Kaffee. Kaffee, 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 Kaffee. Guck ihn dir an. Kaffee, 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 Kaffee. was für an die an fenster ist am boden ja das ist der keller wo die ganzen pokémon ich komme nicht rüber werfen sie mir ein boot zu oder labras irgendwas so leute da gehen wir war richtung 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 eichel sicher im hessen gut auf der laft trainern es anders wird wie kärf danke für den tipp Ja, immer. Oh, dann kannst du ja Bäume klauen. Root. Root. Sixty-six, genau. Root. Sixty-six. Sixty-six. Wenn ich root, dann muss ich immer an Root-66 denken. Violet City. Cherry Grove City. Alles klar. So, äh, hast du gerade ein Thema, worüber wir... Oh ja. Erstmal hier wieder den Garten wegpflanzen hier. Einfach weil wir es können. Einfach weil wir... Wie alt ist unser Charakter? Neun? Zehn? Ich glaube, wir sind schon zwölf. Günther stored in the plants pocket. Wunderbar. Geh mal weg, feuril, Alter. Das irritiert mich immer noch. Hallo. Geh mal weg, feuril. Hier, da, Traynel. Ich will teach you something about bellies and ugly clothes. You can find ugly clothes everywhere. Also, they are available in seven different colors. They need 20 Horrors to clothe. You can find bellies all over the legloat, too. They'll slow me so to blend them in. Thanks for listening to my instruction... Instruction. Here, I'll give you this for your journey. Hey, der Typ hat echt einen Highway auf dem Kopf. Wie sie hier alle nicht geliebt werden, weil jeder an seinem Platz in der Welt steht und keiner miteinander kommuniziert und sich jeder bei dir bedankt, weil du denen einfach nur zuhörst, ey. Ernsthaft, die könnten echt drei Städte in ein Haus packen. Das ist super genial. Und auch er hat wieder sein Loch hier. Hm, alles seltsam, alles seltsam. Hast du wenigstens den Fernseher? Nein. Gut, brauchen wir auch nicht. Und alle haben verdammt nochmal pinke Fliesen und pinke Stühle. Was ist denn in Ordnung mit euch? Ernsthaft, bei dem Boden muss da würd ich einen Kotzreiz kriegen. Schwimmen können wir doch... Boah, ich bin mal gespannt, wie die das Surfen gemacht haben, Alter. Ja, da kommen wir auch nicht lang, weil da ist ja diese überdimensionale Riesentreppe. Ah, hier. Hat sich ganz krass versteckt hier. Kannst du mir doch trotzdem mal erklären, wo man die Top-Town sieht. Top-Top-Town sieht. Es ist irgendeine Taste, aber ich will jetzt nicht sagen... Guck mal, unsere erste Seite. Hooray. Sieht ein bisschen aus wie so ein Glaserfaserreiniger, aber ist okay. Wir sprühen einfach Feuerriegel, wenn es krank wird, mit Glaserfaserreiniger zu. Lustigerweise war es in der ersten Pokémon-Edition ja auch so, dass man nicht wusste, wie es aussieht, wenn einem TMs oder VMs verabreicht wurden, was das ist. Und die haben es später aufgeklärt, indem man einfach eine Diske in deren Mund stopft, die ein bisschen kauen lässt und dann könnte sie die Scheiß-Attacke. Mr. Pokémon's House is a bit further ahead. Ries? Hab ich das richtig gelesen? Farther. 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 Hm. Können wir nochmal einen Baum? So, hast du gerade irgendein Thema für uns? Schön. Ja, würde ich auch sagen. Hast du irgendein Pokémon, was du super gerne fangen würdest? Äh, Shiggy. Du Stück Scheiße, das gibt's hier noch nicht. Wie, das gibt's hier noch? Safcon, Safcon nehme ich auch gern. Safcon, Alter, aber du willst denn mit dem Smet-Boat? Das höchste ist auf Level 10 gut. Safcon. Los, tackle ihn weg, Alter. Das härtet dich tot, Alter. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt wird er hart, du. Das ist das Sadomaso-Pokémon unter dem Pokémon, Alter. Du schlägst es und es wird härter. Das ist das Frauen-Bedückungs-Pokémon, glaube ich. Ohne Scheiß, Alter. Ja, schlägen doch, sie schlägen doch alle auf Stehen, genau. Sie stehen doch alle auf Schläge. Aber guck mal, also das Leveln geht hier ziemlich flix. Oder meine ich das nur, ne? Am Anfang ist es immer so, dass du, wenn du zwei drei Pokémon besiegt hast... Kennst du Flix? Netflix. Netflix, Netflix, ja, geht ziemlich Netflix. Ne, fix meine ich. Boah, guck dir den Klumpen scheiße an. Guck dir da, das ist doch kein Taufsi, Alter. Scheiße, wer hat das denn freigelassen? Halt's Maul! Mal weg da. Spike, los! Ich finde es auch schön, wie sie einem sagen unten, dass das Battlesystem noch nicht das Finale ist. Das hoffte ich auch bei der 0.48er-Version. Ja, natürlich wird das alles noch ein bisschen ausgereift sein. Leute, so eine Spieleentwicklung, die dauert seine Zeit. Und ich glaube, ich werde mich... Oh, doch, Safcon können wir noch kaputt machen. Weil unsere Lebensenergie spricht jetzt gerade nicht dafür, dass wir uns hier jetzt noch große Sprünge leisten können. Du musst dann auch zurückfahren, ist das Pokémon's Haus, ne? Richtig, ja. Zurück flüchten wir dann zur Not. Aber ich kann mal gucken hier. Hättest du ein Pokémon ja auch heilen können oder so, aber nee, scheiße. Natsch! Natsch, natsch! Lass sie mal ein bisschen härter werden hier, du, dann macht das... Das macht Safcon schon für dich klar. Tolle Attacke, leer! Die deutsche Übersetzung, die ist sehr faul, ne? Sie wurde so gedacht, so... Ja, machen wir mal eine Übersetzung, ne Deutsch, ja. Ja, ja, machen wir mal. Ja, ja, neues Spiel, continue. Ja, ja, so, fertig. Und sie haben geschrieben, dein Zimmer und Neubokia. Also, muss ich sagen, schon gut. Stimmt, Neubokia haben sie übernommen. Ja, Leute, ich denke mal... Aber man sieht schon mal, dass sie es auf jeden Fall mehrsprachig haben wollen. Am wichtigsten ist ja hier, was war das? Indonesiis? Indonesi? Indonesi? Hier, ne? Hat keine Durchblutung mehr. Indonesisch! Jetzt hab ich's. So. Bist du umgefallen, Andi? Nö, aber ich lass dich mal ausmachen. Klau Bäume links! Wir brauchen... Wir machen Pflanzengarten auf, Alter. Oh, du Scheiß! Ich frage... Was macht der damit auch? Stell mir grad so vor, so... Spike, hast du Hunger hier aus dem Baum? Jön, hier. Da sagt noch einer, dass wir uns nicht darum kümmern. Ähm, was wir eventuell gleich mal gucken können, Freunde, ist, dass wir eventuell den Text mal beschleunigen. Das geht nämlich grad dezent auf den Keks. Das kannst du jetzt schon machen, theoretisch? Ja, sag ich ja eben. Jetzt will ich aber nur wissen, wo Start ist, weil ich hab Angst, dass ich das... Äh, E. E? E ist Start, ja. E, wunderbar. Wartet ihr mal E? Oh, 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 oh. Oh, das ist sehr groß. Speichern können wir auch mal. Wir werden auf jeden Fall, falls ich das noch nicht erwähnt hatte, den Speicherstand dann immer hin und her schicken, wenn Andi aufnimmt, wenn ich aufnehme. Also das läuft alles über einen Speicherstand. Wäre doof, wenn ihr jetzt zu mir geht und sagt, ach, ja, nochmal Vollbrügel Level 5. Yay. Pokémon. So, was wollt ihr jetzt? Achso, in die Option. Warte mal, warte mal, gib unserem geilen Vollbrügel doch mal so ein kleines Spray für den Arsch einfach. Das heilt das schön. Für den Arsch. Äh, Graphics. Wo könnte da drin sein? In Game? Game, da oben Textspeed. Wir können sogar eine Schwierigkeit einstellen. Oh. Also easy, normal, easy, hard und super hard, glaube ich. Alter, du willst super hard? Mach mit sich mal. Ja. Pokémon, Alter. Ja, warte du mal ab, Junge. Ja. Ey, komm. Als wenn du keinen Bock hättest auf die Challenge. Tu mal nicht so. Du hast aber lustigerweise immer noch auf easy das Ganze gestellt, weil du nicht auf Bestätten gedrückt hast. Echt? Du Vollidiot. Ah, diese neumodischen Spiele. Geh nach rechts, geh nach rechts. Warte doch mal, Mann. Was hab ich getan? Ja, das ist doch richtig. Das ist doch das Richtige. Bro. So umständlich hier. Ja, mehr als fünf brauchst du dich mal nicht geben, Junge. Ach, hier, wir haben... Alter. Ich bin voll überfordert mit dieser Scheiß-Tastattoo, Alter. Also, ihr seht, profimäßiger geht es einfach nicht. So. So, jetzt gehst du auf Game. Jetzt muss ich wieder auf die Scheiß-Maus. Game. Ja, ist doch gut, Mann! Geh mir doch hier auf den Sack, Alter. Back und auf... Nein, nein! Back und jetzt auf apply, genau. Ja. So, wir werden vermutlich gleich sterben, aber wir haben ja vor allem gespeichert. Ich speichere doch mal zur Sicherheit. So. Bis zum nächsten Mal.